Ja, die letzte Meile, auch das eines der Hot Topics. Die Frage bei der letzten Meile, die hier intensiv diskutiert wird, wie schafft man das im Grunde genommen sauber, geräuscharm, gebündelt und möglichst staufrei, diese letzte Meile hinzukriegen, da sind viele Player gefragt. Da geht es um Logistikimmobilien in der Innenstadt, da geht es darum, wie die Kommunen sozusagen mitarbeiten und auch das wurde hier intensiv diskutiert. Ich glaube, da gibt es jetzt die ein oder anderen Lösungsansätze und dann muss man sich Kommunen anschauen, die das besonders gut machen und von denen lernen.